Hey ho, hier ist euer Artok und wir machen weiter bei Illusion of Time, bzw. Illusion of Gaia. Kommt halt drauf an, wo ihr hergekommen seid. Und ich denke mal, wir gehen weiter nach oben. Wir haben nur noch ein, boah, ganz wenig Energie. So, hier sind diese. Wie ich mitbekommen habe, sind wir gar nicht mehr so weit vom Ende weg. Also ich glaube, es gibt nur noch zwei, drei Dungeons vor dem End-Dungeon. Und so macht man die ja ganz einfach. Okay, kann ich das irgendwie? Ach, schade. Gut, dann hoffe ich, er geht auch erst nach unten. Sterben müssen wir jetzt nur nicht unbedingt. Oh, das klingt. Komm, beeil dich ein bisschen. Komm, vielleicht machen wir es so. So, ah, schade. Ja, sieht jetzt auch gut aus. Ach, verdammt. Aha. Okay. Wie mache ich die? Okay. Was packen wir mal ohne zu sterben, hier? Jawohl. Jawohl. Ohne zu sterben wäre sehr gut. Oh nein. Okay. Boah. Shit, shit. Mann, Mann, Mann. Dieser braune Dämonenkorb ist nicht so toll wie jeder das... Ach nein, das ist einfach kacke. Oh, die haben wir hier. Nee. Oh, die kann man sonst nicht. Oh Mann, lass mich in Ruhe. Haha. Ja. Wie ich mitbekommen habe, was ich auch sehr toll finde, man bekommt den ganzen Spiel mit 12 Herbs. Äh, her, ja. 12 Kräuter zum Heilen. Ist das nicht toll? Was brauchen wir denn schon Kräuter? Man kann sich keine kaufen, gar nichts. Ach, jetzt habe ich... Komm schon. Ja. Mohaha. Ich brauche mal mehr Energie. Also, 12 Herbs im ganzen Spiel. Man kann sich keine kaufen, da es ja hier keinen Shop gibt, was ich auch super finde. Und deswegen habe ich ein bisschen Angst. Ach, du musst hier wieder... Okay, schade. Ähm, jo. Ach, das war ja... Ach, warum bleibe ich hier? So schnell bin ich dann doch nicht. Aber nein, hohohohoho. Habt ihr das gesehen? Ja. Dann machen wir es halt so. Okay, ja. Warum nicht? Wir haben ja Zeit. Ich auf jeden Fall. Dank YouTube haben wir jetzt verdammt viel Zeit. Ja, wohl. Oh, keine Energie. Hm. Ich darf nicht so schnell sein. Was gibt's da unten? Nix. Jo, wir finden ja... Was ist das? Ich... Ich... Oh, okay. Hm, num, 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 num. Ach, das ist ein Spin-Deaf, Psycho-Deaf, Psycho-Slider. Ja, ja. Äh, ja. Ach, ich bin ja erstmal... Ah. Okay. Brief von Lens. Testament. Wass mal. Zwei rote Juwelen. Wir haben eins gefunden bei Native Village und das andere hier. Hab ich das jetzt? Okay, du hältst das Juwelen hoch. Gut, das sagen wir, das ist vom Native Village. Ich behalte jetzt in der Hand. Also im Menü, weil es gibt hier... Achso, okay. Es gibt hier nämlich vier in diesen Dungeon. What the fuck? Was ist denn hier noch? Was ist das denn? Okay, ich glaube nicht so, wenn. Das ist merkwürdig. Was ist das für ein Boden? Ist das ein Manscher von Mario oder was? Sieht auf jeden Fall so aus. Hm. Oh nein. Wieso? Und das war's. Wofür fang ich jetzt an? Ah, wenigstens ist das. Wahrscheinlich Ort, an dem ich nie gewesen bin. Vielleicht sind das Backträume. Zwölfe, ich werde bekommst. Aber wieso werden die Gegner hier einfacher besiegen? Ich verstehe das nicht so ganz. Ich bin nur ein bisschen vor... Ein bisschen geschädigt. Ja, vorbelastet heute. Da ich vorhin... den... Ja. Demons Crest vervollständigt habe. Also... nicht vervollständigt, weil ich habe euch ja gesagt, dass ich... alle Enden euch zeigen werde. Aber ich habe jetzt schon mal fertig gemacht. Ich habe jetzt schon mal das Gröbste geschafft. Komm schon. Ach, Mann. Ach, hier sind ja noch mehr. Hier geht die ganze Zeit nur da rum. Auch nicht. Ach, Mann. Diese braunen Dämonen-Körper, die sind ja total bescheuert. Die anderen gehen? Aber die hier gefallen mir immer. Die wollen mir nicht gefallen. Ja, dann ist heute noch daneben, weil es so schön ist. Ach, Mann. Also wie ihr seht, ich bin voll nubig geworden in diesem Spiel. Aber da war jetzt ja das tolle Weihnachtsgeschenk von YouTube-Hand. Ach, hier, man muss die ganze Zeit nur drauf prügeln. Alles klar. Dass wir... 20... Ach, 20 Minuten, ja. Dass wir jetzt bis zu 20 Gigabyte pro Video beziehungsweise vier Stunden aufnehmen können, finde ich das sehr toll. Können wir uns auch Zeit lassen. Immer schön 20 Minuten Videos hochladen. Bla, bla, bla. Hast du nicht gesehen? Das soll mir doch gefallen. Kann ich das so abwehren? Ach, hier. Alle Gegner besiegt. Und ein Durchgang. Also eine Treppe. Okay, hier gab es jetzt keine roten Juwelen beziehungsweise Schatztruhen. Schatzkisten-Truhen nennt sie wie ihr wollt. Und ach, hier, guck mal. Ach, das finde ich auch nett. Ja, auf Wiedersehen. Es gibt hier einen Ausgang. Guck mal, da ist so ein... Ach, ich den hasse. Ich fühle mich auch nicht jetzt so weit von denen entfernt, dass ich andere Gegner anlocke. Und du kommst jetzt mal her. Das kann doch nicht sein, dass ich... Dammit. Also diese Gegner wollen mir nicht gefallen. die ihre Pattern sind für mich richtig kacke. diese so F poo und so eine umher wandern ach hier und jetzt jetzt geht's ja richtig ab ach jetzt war ja noch das nicht schlau kommt ah ah ach komm her wow 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 verdammt nein jetzt bin ich aber unvorsichtig Oh, hier. Put mal rein. Und, auch nicht, erhöht das. Erhöht das jetzt komplett. Das wird schön. Meine Energie hat sich erhöht. Yay. Da gibt es hier auch keine Gegner mehr. Wir gucken einfach mal alles an. Lecker. Ach, schauen wir hier. Okay, gehen wir jetzt da hoch. Ja, ich bin schlau. Ich muss das anders machen. Na, na, na. Okay, das bringt mir jetzt was? Okay. Ach, jetzt weiß ich einmal. Ich sag's lieber nicht. Ach, hier kommt man nur zurück. Die Manchas sind wieder da. Klingel die anders würden die echt viel Spaß haben bis auf den herumdreht drauf herumlaufen so und ich bin doch mit den Gedanken noch ein zusätzliches LP anzufangen ihr wisst ja ich kann nicht genug bekommen von Projekten das macht ja nix ich werde ja eh alle irgendwann kompletieren und oh my goodness macht mir keine Angst viel zu lehm ach ich bin nicht doof mach dich doch mal weg wer ist denn da mit so und dann geht es wieder mal alt gewohnt ab wow ok der ist schnell mhm so jo ach ich kann da eigentlich auch ha ne das geht nicht ach mein Gott komm her jetzt komm her jetzt das purple hat ne die Sonne auch nicht gefahren ok wann das jetzt alle ah ok jetzt geht ja weiter oh ok ein Moment so da geht es auch wieder weiter ok mir das recht finden alles klar oh my god wie soll ich denn die hm mal schauen da könnte ich doch so ja ok du bist halt besser ja ich treffe wenigstens mein Gott das passiert ja gar nicht komm dann jawoll jawoll ach man ich krieg dich noch keine Angst zu ah da ah ah also werde ich es auch machen können gleich aber naja nicht so schlimm nicht so schlimm so wie mache ich dich jetzt ok hm ich hoffe so werde ich nicht getroffen ne anscheinend nicht so und so mauch bald wieder acht Leben warum treffe ich manchmal so ok sind die irgendwie schlechter geworden ob mich jetzt verrückt hm ach ich bin haha der Aldo Müll der verrät mir seine Technik nicht auf jeden Fall da vergesse ich es immer wow das war natürlich hm das ist doch nicht euer Ernst oder ist das echt euer Ernst was soll das denn hm das lassen wir auch wieder treffen warum auch nicht ah so geht es aber ganz easy ok ok jetzt habe ich das ah die Stärke hat sich erhöht das komme ich da oben nicht mehr hin das ist ja auch ärgerlich Passage nach draußen hm nein du das gibt es echt gar nicht also hm bei denen bin ich doch sehr nubig irgendwie komm jetzt bis dran jetzt bist du schön alles klar Tour haha zack zack peo nein ich habe falsch natürlich das war ja gewollt war das ach guck mal hier dann mache ich ja gleich mal so da treffe ich gleich wow beide lecker domongojunge ah new kids wer von euch ist wer kennt es von euch diese verrückten Holländer jetzt hoffe ich ja mal nur dass ich auch da nochmal hinkomme das wäre mich echt schade wow du bist aber ich dachte jetzt schon ich habe jetzt schon gedacht der geht außen rum haha ja okay das ist ja jetzt pelle pelle wow hm und was ich gar nicht gesehen hatte vorhin wenn ich auf Start drücke sehe ich die ganzen Gegner und schaue ob ein Schatz in dem Raum ist den anderen habe ich natürlich total verkackt gleich war ja klar so kennt er mich aber ich denke mal dass wir diesen auch noch bekommen zur Not mache ich kurz Offscreen lade ich nochmal den Speicherstand und mache das Offscreen hole ich den nochmal wie ich auch raus wie ich den bekomme dann sage ich so so du Affengesicht komm beeil dich mal ein bisschen jetzt lasse ich mich auch noch bei einer treffen ich mache einfach mal hier jetzt sind wir wenigstens durch diesen Stärkeanstieg von vorhin sind wir jetzt natürlich mal gucken was passiert wenn ich es so mache dann wird er auch gut getroffen so kann man es ja auch machen aber ich mache lieber Land und da hast du nicht gesehen und okay da kann man jetzt nicht ganz durch irgendwo muss er noch ein Gegner was ist da nach oben die ich nenne sie mal Spindekartzaune die sind Ekelkäfer und ah ja jetzt kann ich hier bestimmt irgendwo runter ne kann ich nicht war ja klar oh nice oder geht es jetzt irgendwo ach sehr gut dann kann ich ja gleich nochmal inlaufen und hey wer von euch wusste dass das hier der zweite Teil einer Trilogie ist das tolle ist ich habe die drei Teile der Trilogie die Trilogie gespielt ohne zu wissen dass es überhaupt eine ist und zwar ist der erste Teil ein sehr ich würde mal sagen unbekanntes Spiel welches den Namen Soulblazer trägt das ist auch für den Super Nintendo das Spiel will ich auf jeden Fall auch noch let's playen weil das erinnert einen stark an wer es von euch kennt dann mache ich gleich mal ein bisschen Werbung wie eine andere Person und zwar Stellar Tvier X ich hoffe das ist richtig ausgesprochen die macht gerade Zelda und die hat ach ganz viele Retro Spiele gemacht Moment macht sie nur Zelda oder ach so Super Mario Bros. 3 und sie hat Dark Cloud LP kann es leider momentan nicht mehr machen weil irgendwie Probleme mit dem ja mit dem PC glaube ich nicht direkt aber mit dem ja wie nennt man das die Version damit man Playstation Spiele und so auf Computer spielen kann den Grabber natürlich den habe ich ja jetzt auch nur mit meinem Laptop würde es nicht auf jeden Fall Dark Cloud ist so eine Art ja im Dungeon man geht von Dungeon zu da hätte ich einfach boah ist das gemein ist das nicht gemein und man kriegt Heilkräuter gut die darf ich nicht verwenden die werde ich sowas nicht verwenden als ich gelesen habe dass man nur 12 im ganzen Spiel bekommt im ganzen Spiel hätte ich das gewusst hätte ich die hätte ich die vorher auch nicht genommen die ich gesammelt habe aber das ist jetzt nun nicht mehr ändern ich werde es wahrscheinlich auch ohne schaffen ja Dark Cloud das ist so ähnlich also man geht in Dungeon macht wie heißen sie die Cocon also Cocons auf ich glaube die heißen irgendwas mit A Atlas oder irgendwie sowas keine Ahnung und jetzt sind wir im Garten hm ah hey da freue ich mich ja sowas von gar nicht ha und diese Kollegen jetzt weiß ich auch wie man das endlich macht man muss nämlich dreimal ganz genau wow wie bist du denn drauf dreimal den Kopf treffen oh sehr schön ähm der geht dann wirklich ab da hinten war ein schwarzes Tor und dann kann man schön das Auge angreifen hier wünscht man sich doch gleich mal den Bogen von Link mit hinzu damit man schön ins Auge direkt schießen kann aber naja wir werden es auch so schaffen so man muss erst drei HP oder drei Schläge mit der Flöde ich habe jetzt nur zwei gebraucht braucht man um ja diese Fliege ist auch total dumm springt mir in meine Flöde das hört sich komisch an und was ist hier einfach nur ein Durchgang oder kann man da auch hoch und runter ne einfach nur ein Durchgang ach ja und Soulbaser ist halt auch sowas man muss also da klauen man kriegt na wie soll man es sagen die Welt wird zerstört und man ist jetzt wieder man muss als der Spieler der ist dazu auserkoren die Welt wieder aufzubauen und man kriegt Teile der Welt indem man ich gehe erstmal nach unten nicht da ich was verpasst habe Teile der Welt aus diesem Atlen Atlas ich weiß nicht mehr wie diese heißen naja zu lange her das Spiel